100% Effizienz Mir ist gerade eine Sache aufgefallen, ich habe doch bis jetzt immer Nachtschichten geschoben, oder? Aber da oben steht jetzt, dass meine Schicht um 8 Uhr morgens beginnt. Habe ich keine Pause gehabt jetzt zwischendrin? Ich bin mir sicher, das ist gegen jede arbeitsrechtliche Verpflichtung. Aber hey, Berlin beschützt sich nicht von alleine, auch wenn ich, keine Ahnung, 36 Stunden am Stück wach bin. Ist das nicht wunderschön? Funksprüche und andere geschäftige Geräusche im Hintergrund und epische Musik. Da fühle ich mich gleich, als würde ich einen Unterschied in der Welt machen. Und das tue ich auch, denn ich bin der Gott, der seine Minions hier rumkommandiert und euch im Idealfall irgendwann mal das Leben rettet. Willkommen zurück hier bei 112 Operator, wo ich jetzt, bevor ich anfange, noch eine weitere Polizeieinheit kaufe. Denn ich habe noch eine Schicht, dieses Ziel hier abzuschließen. Stelle eine weitere Polizeieinheit ein, das sollte kein Problem sein, denn ich habe einiges an Moneten. Vordefinierte Einheit hinzufügen, ich könnte jetzt auch das selbst zusammenstellen, aber vordefiniert wird schon passen. Dann normales Auto, ich meine, Ferdepatrouille, das wäre schon cool. Fahrradpatrouille, das wäre auch cool, aber die sind halt unglaublich langsam. Deswegen einfach eine normale Streife, das wird schon passen. 57,4 K. Okay, damit ist das abgeschlossen. Wiederaufrüstung ist durch und ich würde sagen, wir beginnen. Kann ich den hier noch irgendwie woanders hinschicken? Weil sonst stehen die zu nah beisammen. Vielleicht hier. Dann haben wir hier auch eine stationiert. Und dann sollte das passen. Okay, ich bin sehr gespannt, was heute wieder alles passiert. Äh, das hier. Das kann es ja wohl nicht sein. Ich habe jetzt auch gelernt, wenn jetzt sowas passiert oder wenn jemand bei Rot um eine Ampel fährt, den muss ich meistens nicht mitnehmen. Da kann ich einfach Motorrad schicken, dann schreiben wir ihm ein Ticket und dann ist alles gut. Da brauche ich keinen Platz, um den zu transportieren. Was gut ist, weil das hält mir quasi die Autos frei, die ich dann für andere Dinge benutzen kann. Genau, ich glaube nicht. Also er versucht jetzt abzuhauen, aber ich glaube, es ist trotzdem alles gut. Ja, siehst du da. Wir schreiben einfach ein Ticket, dann ist alles gut. Hier hat jemand was geglaubt. Das kann es ja nicht sein. Das kann es ja nicht sein. Hier müssen wir den dann mitnehmen, deswegen ist hier eine große Streife von Nöten. Ich freue mich schon wieder auf die Anrufe. Ich bin sehr gespannt, was heute wieder alles passiert. Äh, Rotlicht. Frechheit. Große Frechheit. Müll in Brand. Das Übliche. Das Übliche. Das scheint immer öfter mal vorzukommen. Ich weiß auch nicht. Außerdem habe ich aber am letzten Mal gesagt, es ist komisch, dass die Wasservorräte limitiert sind und die nicht die Hydranten benutzen. Die Wasservorräte sind dadurch technisch unlimitiert, weil man kann ja einfach die Hydranten dann anzapfen, aber die Schaumvorräte nicht. Und meistens wird mit Schaum gelöscht. Das war mir auch irgendwie klar. Ich habe es nur nicht erwähnt. Das heißt, wahrscheinlich meint das nicht die Wasservorräte von dem Auto, sondern die Schaumvorräte, weil die kriegt man nicht einfach so aus dem Boden raus, das Zeug. Ähm, genau. Was haben wir hier? Ein Rohrbruch, eine technische Störung. Sollen wir den hier mal schicken? Ich meine, das ist ja dieses technische Support-Auto. Ich glaube, ich habe das Ding noch nie richtig benutzt. Ich mache es einfach mal. Ich mache es einfach mal. Lass den da hinfahren und dann klären die das schon. Das ist eine große technische Störung. Ist es noch nötig, dass wir den vielleicht dazu holen, oder kriegen die das hin? Ich meine, er hat gerade nichts zu tun. Wenn wir es gar nicht mehr abziehen, ich schicke den einfach mal. Dann geht das vielleicht ein bisschen schneller. Die hier brauchen noch ein ganzes Stück. Der hier oben wäre wahrscheinlich schneller. Ah, ich lasse das einfach mal. So, ich lasse das mal. So, komm schon. Ich muss wieder ein bisschen reinkommen. Ah, wir kriegen das hin. Ein Anruf. Eine Sekunde. Was ist das hier? Äh, brennendes Auto. Da brauchen wir mal den hier. So, Anruf jetzt. Ich wollte das noch erledigen, bevor wir das annehmen. Was? Was ist los? Was? Ich höre doch Autos im Hintergrund. Hier muss doch immer eine Straßenschild sein. Okay, wir wissen schon mal, wo er ist. Jetzt ist die Frage, was ist passiert. Was? Es muss genauer werden können. Ich schicke schon mal einen Krankenwagen. Was ist passiert? Schauen wir mal an. Okay, sie wenigstens. Der Typ. Nein, oder? Drin lassen ist schlecht. Äh, drin lassen ist gut. Nicht bewegen, wenn es nicht brennt, ist alles gut. Okay, einfach nicht bewegen, wenn alles gut ist sonst. Genau, also wenn sie nichts machen, dann raushauen. Genau. Doch, du kannst das. Du kannst das, Kumpel. Viel Stimme, dazu geht es ja wohl kaum. Sir, du kannst das Mannes Leben saveen. Ja. Komm schon. Okay, äh, das ist üblich, ja. Dann hatten wir schon mal. Ja, dann haust du rein. Ich meine, schlimmer geht es ja wohl nicht. Ja. Ja, ist quasi schon in die Ecke. Ja, wir geben Gas, wir geben Gas, wir geben Gas. Alles klar. Alles klar, und das brauchen wir auch, weil technisch. Ah, okay, der Typ, ne. Ich glaube, das war sein Fehler, denn der hat ein bisschen, äh, ein bisschen, äh, gebächert, bevor er dann, äh, brumm, brumm gemacht hat. Das ist, äh, nicht so ganz cool, aber vielleicht hat er jetzt noch jemandem geholfen. Ich habe das richtig gemacht, ne. Das war, glaube ich, die richtige Vorgehensweise. So jemand, äh, 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 so wie viele haben wir hier? Wir haben nur den einen, den wir mitnehmen. Okay, im Auto, das wird geholfen, dem wird geholfen. Und dann brauchen wir jetzt eben noch die Feuerwehr, weil Auto muss geborgen werden. Aber die Anrufe sind definitiv besser als im Vorgänger, muss ich sagen. Das hier, eine Person, ähm, wo ist der Nächste? Wäre der hier. Wäre der hier, und ich mache das auch in Zukunft so, wenn irgendwie das Motorrad, ja, 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 ist unterwegs. Ähm, wenn irgendwie, was ist denn, ihr seid doch da, der hat gerade gesagt, Feuerwehr, Auto, wenn irgendwie, wenn jemand im Stech geht, schicke ich erst das Motorrad, wenn sie da näher ist, um dann irgendwie, das, ne, die Person stabil zu halten, bis zu erkranken, wo ankommt. Dafür ist nämlich das Motorrad gut. Äh, kommt ihr klar? Ja, ne, kostet ein bisschen Wasser, schräg, schräg, Schaum. Aber das passt. Okay, cool, 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 cool. Ähm, das hier. Soforte medizinische Hilfe benötigt. Ja, wir sind unterwegs. Äh, wir sind unterwegs. Das könnte das Motorrad machen. Aber, ich schicke mal den Großen. Ich schicke mal den Großen. Ich weiß nämlich nicht, ob wir die dann vielleicht noch mitnehmen müssen. Keine Ahnung. Ein Anruf. Oh, oh, okay, okay. Ja, ich höre. Ja? Was? Was? Und woher weißt du das? Okay. Ist das, äh, werde ich geprankt? Ist das eine Falle? Es klingt fast wie eine Falle. Also Leute, wenn ihr da hinkommt, ne? Seid vorsichtig. Alles klar. Alles klar. Da brauchen wir das Motorrad. Und dann auch vielleicht direkt den Großen, ja? Was? Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich, was hier so passiert. Ja, die sind halt ein ganzes Stück weg, ne? Die sind halt ein ganzes Stück weg, aber das Motorrad ist zum Glück relativ schnell. Die haben das Ding anscheinend tatsächlich gefunden. Plus vier. Ja, ist ja schön. Eine Katze im Baum. Ach, ist das nicht schön. Ist das nicht schön, was diese machen? Das hier oben habe ich gar nicht gesehen. Wieder Müll. Ah, Leute. Ach, Leute. Also entweder sind es brennende Mülltonnen oder es ist brennender Müll. Das ist, ich weiß auch nicht, was die Leute hier so machen. Das ist, äh, das ist absolut unglaublich. Was haben wir hier? Ach, wieder einer mit seinen Wänden. Ah, Leute. Leute, lasst das doch. Mein Gott. Das sind diese kleinen Sachen, die immer eine Einheit erfordern, die ich da nicht habe, wenn irgendwas Großes passiert. Spart euch sowas doch. Dann habe ich auch mehr Leute, wenn es mal richtig nötig wird. Okay, wir haben was mit Fahrstuhl. Ich schicke mal die da. So, Anruf. Hallo. Das ist der Typ wieder. Das ist der Typ wieder. Ach, das ist doch unglaublich. Das ist der Typ wieder. Der mieseste Kampfsporttrainer dieses Planeten. Absolut ohne Witz. Okay. Alles klar. Ähm... Wundervoll. Ich frage einfach mal weiter. Ja, wir haben Martial Arts Praxis für Kinder. Ich bin der Instruktor. Der Typ ist so komplett nutzlos. Ja, sie kreit ziemlich laut. Ich frage einfach mal weiter. Wie alt ist sie? Sieh, ich glaube. Glaubt er. Ah, das ist klar. Ah, das ist klar. Sie soll springen. Was? Nein. Ich schicke einfach vorsichtshalber. Es könnte ja sein, dass was Schlimmes ist. Der Typ ist so vollständig nutzlos. Alles passiert gefühlt jeden Tag was. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Dann du. Genau, ne? Das hier haben wir jetzt auch erledigt. Und dann brauchen wir noch... Das hier ein bisschen Erstversorgung. Das könnte das Motorrad erledigen. Weil ich glaube nicht, dass wir den mitnehmen müssen. Ne, den Controller? Ich glaube, da ist alles gut. Solange wir den vor Ort versorgen. Wieder das. Ach, Mann. Ah, ja, ja. Äh, Polizei benötigt. Okay. Schicken wir mal. Wer war das? War das... Doch, das war die Schule, ne? Brauchen wir auch immer Polizei. Ach, Mann. Oh, ja, ja, ja. Also, ich weiß nicht, wie oft der noch anruft, aber es wird gefühlt immer schlimm. Wieder das. Was ist denn heute los? Ist irgendwie der offizielle, wir zünden Müll an den Tag? Ist das ein Feiertag in Berlin? Ich habe keine Ahnung. Das ist ja unglaublich, dass sich so viele Leute irgendwie unabhängig von der denken, hey, lass mal Müll an den Tag. Warum nicht? Warum nicht? Kann man machen. Unfall im Garten. Okay, machen wir das. Ist kein großer Transport. Da reicht der kleine Wagen. Dann kriegen wir das hin. Siehst du, das wird jetzt auch erledigt. Fall ist gelöst. Rückkehr zum Hauptquartier. Eintaschen. Ei, 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 ei. So, okay. Okay, das müsste es aber gewesen sein. Ich glaube nicht, dass jetzt noch etwas Großes passiert. Ich glaube, wenn das hier unten dann erledigt ist, dann wäre das durch. Ähm, okay, Gruppe. Es sind mehrere. Ich schicke mal zwei. Ich werde noch den großen schicken, aber der ist zu weit weg. Eine laute Party. Ist es wirklich notwendig, die Leute mitzunehmen? Kann man nicht irgendwie sagen, ja, mach das nicht. Wieder ein Ticketkontrolleur. Hey, Leute. Die armen Ticketkontrolleure, meine ich, machen auch andere hin. Aber das Motorrad ist echt cool, wie unglaublich schnell das ist. Das ist schon relativ effizient. So, wie viele sind das? Nur einer. Okay, das heißt, einen nehmen wir mit dem Rest von dem Restaurant ein Ticket und sagen, ja, lasst das mal, spart euch das. Ähm, dann kommen wir gut klar. Also, sobald das erledigt ist, sind wir fertig, richtig? Dann war es das. Transport benedigt. Okay, dem geht es schlimmer, als wir dachten. Dem geht es schlimmer, als wir... ...dachten, okay, ich wollte jetzt eigentlich einen Transport schicken. Die haben den einfach versorgt und dann gesagt, ja, viel Spaß. 100% Effizienz. Raus aus meinem Startviertel. Okay, wenn du irgendjemand bist, der was Schlimmes vorhat, der, keine Ahnung, Ticketkontrolleure blöd anmacht oder Wände beschmiert. Wenn du irgendjemand bist, dem was passiert, sei dir sicher, ich helfe dir. Wenn du jemand bist, der schlimme Dinge anstellt, sei dir sicher, ich finde dich. 100% Effizienz. Das ist doch nice. Das heißt, ich habe alles perfekt gemacht. Ja, ich hätte nirgendwo mehr rausholen können. Siehste mal. Siehste mal. Wie gut ich bin. Haben wir neue Ziele? Ne, jetzt ist einfach nur, halte deinen positiven Ruf über ein ganzes Jahr. Ah, okay. Das Fabergei. Ich weiß nicht, wie sie das hingekriegt haben, aber mit ihrer Hilfe haben wir das verlorene Fabergei wieder zurück. Ich habe eine Menge positives Feedback zu unserer Notfallzentrale von außenstehenden Beobachtern erhalten. Wir werden das im Hinterkopf haben, wenn wir über ihre Beförderung nachdenken. Gebt mir doch gleich eine Million. Ich bin ja ganz offensichtlich der Beste in dieser ganzen Einrichtung. Neue Ausrüstung. Spot-Ausrüstung. Nice. Schrote und hier. Gewehr. Tumult. Okay, das heißt, das ist Schild und alles. Schwere Feuerwehr-Ausrüstung. Professionell medizinisch. Sollte ich irgendwann auch mal kaufen, aber aktuell ist das, glaube ich, nicht so nötig. Ein Leiterwagen. Der große Leiterwagen eigentlich zum Löschen von Brennen und Hochhäuser. Brauchen wir vielleicht bald, ne? Brauchen wir vielleicht bald. Äh, Spezialeinheits-Van. Größte und sicherste Auto. Irgendwas größte und sicherste Polizeiauto. Okay, weiß ich. Ja, wahrscheinlich ist das auch bald ein Ding, um das wir uns kümmern müssen. Äh, Disponenten. Ich weiß, dass Sie bereits daran arbeiten, aber der Typ mit der Armbrust ist unsere allerhöchste Priorität. Der Fall ist überall in den Medien, aber jeder spricht darüber, es ist unser Job, das zu beenden. Wir müssen uns noch mehr anstrengen. Ja, aber ich weiß nicht genau, wie ich das machen soll. Äh, gut gemacht. Das Viertel ist ruhig. Es gibt kaum noch Analyse. Okay, falls Sie negativen Feedback seitens der Medien bekommen, dann sollten Sie sich nicht darum sorgen. Das gab es schon in der Vergangenheit, deswegen warne ich Sie auch. Im Endeffekt sind wir es, die für Ordnung sorgen und nicht die. Stimmt's? Ja, Viktor Schulz? Da hast du recht. Soll ich mal einen Leiterwagen kaufen? Weil ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir das Ding bald brauchen könnten. 134k, though. Ei, ei, ei. Margarete und Lena könnten da ein bisschen Arbeit machen. Weil wenn irgendwann mal ein Hochhaus bleibt, was wahrscheinlich passieren wird, sind wir mal ehrlich. Ich meine, bis jetzt hat noch nie irgendwie ein Haus gebrannt oder so. Aber wenn sowas mal passiert, dann brauchen wir einen Leiterwagen, weil nur ein Feuerwehrteam wird dann nicht viel bringen. 134k, soll ich das mal rausgören? Dann habe ich quasi gar nichts mehr. Aber das wird schon passen. Wohl, kann man verlieren, weil es kostet ja auch immer Wartung. Aber ich verdiene immer mehr, als es kostet am Ende des Tages, richtig? Das heißt, ich glaube nicht, dass ich das wirklich hart verlieren kann, indem ich das jetzt kaufe und dann kein Geld mehr habe, um die Autos zu warten. Weil die verdienen das ja, dann wird die Wartung abgezogen und ich kriege trotzdem irgendwas Positives raus. Also ja, ein Leiterwagen. Au, 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 oh, my heart. Ich habe noch 2000. Okay, los geht's. Ich habe jetzt nicht das Wetter gecheckt oder so. Ach, wieder so einer. Wieder so einer. Ah, Leute, lasst das doch. Wenn ihr Rennen machen wollt, geht auf die Autobahn. Ne, bitte macht das nicht auf der Autobahn. Das ist ja fast noch schlimmer. Das ist ja fast noch schlimmer. Äh, sowas. Technische Störung. Dann könnte der hier helfen. Und wir brauchen einen Krankenwagen, denn wir haben mehrere Leute, die Transport oder die Versorgung benötigen. Äh, technische Störung, sofortige Maßnahmen. Ein Feueralarm wurde aktiviert. Lass mich raten, da brennt's. Oder? Jetzt kommen die da an und sagen, ja, wir brauchen hier Löscheinheiten, weil es brennt. Ein bescheidigter Hydrant. Eieiei, die sind zum Glück gerade in der Nähe. Und man sieht hier auch, ne, ich zoome jetzt mal an, dann sieht man diese coolen 3D-Gebäude. Man sieht hier jetzt auch, die Straßen sind deswegen dicht und das breitet sich auch weiter aus. Deswegen ist es notwendig, dass wir das schnellstmöglich klären. Das ist irgendwie ein komischer Weg. Wäre es nicht irgendwie schneller hier hinten rum? Wobei, ne, hier führt keine richtige Straße. Das ist auch so blöd abgelegen, ne? Das ist auch so blöd abgelegen, da kommen die kaum anständig hin. Ah, wir kriegen das schon irgendwie auf die Reihe. Dann... Da fährt wieder einer ein bisschen schnell. Ach, siehste mal. Ach, siehste mal. Mensch, Leute. Könnt ihr euch nicht an die Tempobeschränkung halten? Die Schilder sind jetzt nicht so schwer zu lesen, muss man sagen. Äh, technische Störung. Nein, falsche Einheit ausbreitet. Das hier. Und dann ein Paar. Was heißt ein Paar? Ein Paar im Sinne von zwei. Keine Ahnung. Ähm, der da. Der ist gerade in der Nähe. So, wie sieht's da aus? Ist hier alles gut? Ja, ist nur ein aktivierter Alarm. Okay, falscher Alarm. Ist das der Typ, der mir immer die Mails schreibt? Ja, das ist wegen dieser Explosion, ne? Ja, ich weiß ganz genau, was er meint. Ja, ich weiß ganz genau, was er meint. Egal, was ich gemacht hätte, er wäre, er wäre da hochgerannt. Na, es geht um diesen Jungen. Glaubst du, das geht mir nicht nach, Kumpel, ha? Oh, du schuldig, du fucking Tauers. Ich kann ihn orten. Soll ich dann Polizei hinschicken? Ich habe ihn gleich geortet. Und jede Sekunde da oben. Ich schicke mal Polizei hin, um sich irgendwie darum zu kümmern. Ähm, ja, sie haben von der Truppe gefallen. Ähm, Unterstützung. Okay, es wird nicht von Transport gesprochen, nur von Unterstützung. Ähm, ja, cool. Cool, das ist, äh, nicht so toll. Ganz und gar nicht, muss ich sagen. Und dann, hier brauchen wir auch nochmal Unterstützung. Ich schicke mal den großen Wagen, ne? Das macht, glaube ich, ein bisschen mehr Eindruck, wenn da ein Viererwagen vorfährt. Weil, äh, das ist, äh, ein bisschen, das könnte ein Problemchen geben. Ja, das dauert jetzt halt ein bisschen, bis das, äh, Auto da ist, bis der Kampel da ist. Ich meine, ich könnte auch den schicken, aber das ist eher Transport. Das hier ist eher Versorgung. Dann die da, damit sie suchen können. Genau. Dann sollte das auch relativ schnell erledigt sein, weil das ist jetzt kein allzu großes Gebiet. Äh, so einer. Es sind wieder ein paar. Ich schicke mal den ab. Ich schicke mal den ab. Sanitäter. Ja, ist unterwegs. Ist unterwegs. Dauert noch einen Moment. Das ist, die sind jetzt sehr blöd positioniert, muss man wirklich sagen. Ist sehr unglücklich gelaufen. Wieder Rotlicht. Okay, also eine rote Ampel. Cool, cool, cool. Haben ihn gefunden. So, abgeschlossen. Sanitäter. Falls er es gelöst, dann schicke ich den da runter. So, hi. 112, was ist deine Überraschung? Die haben doch wahrscheinlich nichts gefunden. Ich habe trotzdem mal jemanden hier. Und, äh, ich habe es endlich erreicht. Hi. Wer bist du? Hi. Ja, du hast 112. Ist es eine Überraschung? Oh, äh, wie bist du, mein Freund? Wer genau bist du? Ist das ein Kind von Schock? This call is a part of my life, which is a joke. Okay. Yes, this is a joke. Where are you, sir? It really doesn't matter. I don't understand, sir. Da konnte ich nix machen. Da konnte ich gar nix machen. Transport. Schicken wir den. Alles klar. Ja, ich glaube nicht, dass ich das hätte ändern können, oder? Ich glaube nicht, dass ich da als Groß was hätte ändern können. Äh, technische Störung. Da konnte ich jetzt wahrscheinlich gar nix machen. Alles klar. Alles klar. Jetzt muss ich den von da oben hier runterholen, weil das so unglaublich weit weg ist. Was passiert hier? Ereignis. Ja, 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 ja. Ja, ich weiß. Ich weiß. Ich weiß. Wen schickt man da? Die Polizei, dass die das aufnehmen? Weil ich glaube nicht, dass... Also, wir können denen definitiv nicht mehr helfen. Das hier. Ein paar. Schicken wir irgendwie wieder den da. Ich glaube nicht, dass wir den transportieren müssen. Ähm. Ich glaube nicht, die sind jetzt fast da. Dann schicke ich den nach hier. Und die da hoch. Dann können die vielleicht helfen, aber ich glaube nicht, dass da noch was zu machen ist, gell? Ja, das war auch richtig. Das war richtig fallgelöst. Da kannst du nix mehr machen. Jetzt, jetzt ist es weg. Das habe ich die ganze Zeit da oben editiert. Äh, Transport. Ja, ist doch hier. Ist doch hier alles gut. Wir nehmen den mit. Und dann kriegen wir das hin. Äh, wieder jemand, der gesucht wird. Dann schicken wir irgendwie... Das ist so nervig, die anzukriegen. Die beiden da hin. Können die das wieder machen? Also irgendwie, keine Ahnung. Den da hin, dann steht er schon in den Quadranten. Vielleicht habe ich Glück. Anscheinend nicht. So, das hier. Das ist ja unglaublich. Mann, ich kriege ganz komische Anrufe. Und ich glaube auch eben nicht, dass ich das besser hätte machen können. Ich muss das einfach mit anhören und dann damit leben, weißt du? Ich muss mir das anhören und dann damit flachkommen. Was ist deine Anrufe? Hallo. Ich habe eine Anrufe. Wo denn? Geht es genauer? Was ist denn passiert? Oh nein, 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 nein. Oh nein, 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 nein. Nein, nein, nein. I played... ...as in you used it during interface. Oh my God, yes. There it is. It's stuck. I need help. Das ist gut. Das ist gut. Okay, ich sende in. Okay. 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 Ist es nicht faszinierend, wie... ...erst sowas passiert? Dass ich das mit anhören muss, was der Typ macht. Und ich dann wieder so einen Anruf kriege, wo ich mir denke, hey, das ist eigentlich ganz lustig. Oh Mann, ey. Das ist... Das Spiel kriegt das perfekt hin. Manchmal hört man wirklich schlimmes Zeug und dann ein anderes Mal ist wieder alles... ...ist wieder alles gut und alle sind happy und alles ist funny. Äh, Party. Eine laute Party. Soll ich mal zwei schicken, nur für den Fall, dass wir mehrere Leute eintüten und mitnehmen müssen? Mach ich mal. Mach ich mal, genau. Der hat es jetzt versorgt, der nimmt ihn mit. Das ist Arbeitsteilung. So. Haus. Haus. Da kann doch gerade der Leiterwagen mal helfen. Dann irgendwie... ...den da. ...den da. Und die Rede ist auch von ein Paar. Das heißt, wir brauchen alle Opazitäten, die wir haben. Soll ich den hier auch noch schicken? Ich meine, der hat noch Platz. Ich glaube nicht, dass es jetzt der Person, die da drin ist, schlechter geht. Weil sie länger da drin ist. Das ist, glaube ich, egal. Wenn es erlegt ist, ist es erledigt. Dann schicken wir die rein und geben unser Bestes. Okay, sowas. Ähm, einer. Der hier ist frei. Ich wollte gerade sagen, der hier unten. Ne, der fährt schon da hoch. Der da ist frei. Okay, wenn das jetzt gleich noch erlegt ist... Ja, ist unterwegs. Ist unterwegs. Wenn das hier erlegt ist und das da unten noch, gehen wir glücklich nach Hause. Okay. Das ist... Können wir jemanden einfach so festnehmen? Ich glaube nicht, dass der einfach mitten in Berlin rumläuft. Wäre ein bisschen... Uncool. Ja, das war eine Falschmeldung. Gab jetzt wahrscheinlich eine Strafe. Alles klar. Das heißt, da hat sich wieder einer einen Witzanruf erlaubt. Haben wir erledigt. Das ist auch gleich durch. Und dann fahren wir nach Hause. Medaille für Kompetenzsteigerung. 93%. Was genau ist schief gelaufen? Müssen wir kurz analysieren in der Nachbesprechung. Bla, bla, bla. 5 von 11. Das hier. Okay. Wahrscheinlich hätte ich... Ah, ich hätte es wahrscheinlich besser lösen können, indem ich ihm... Indem ich andere Dinge gesagt hätte, ne? Okay. Okay, das ist nicht wichtig. Ich lasse dich in Ruhe. So wie es alle anderen getan haben. Okay, ich hätte früher erfassen müssen, was genau der Typ vorhat. Aber es war mir ganz ehrlich nicht klar. Ich dachte, es wäre irgendwie wieder so ein... Einfach ein komischer Typ, der anruft. Ne, der hatte legit was vorhat. Das war auch wirklich das Einzige, was ich vergeigt habe. Das ganze andere Zeug habe ich quasi perfekt gelöst. Also ja, wir schauen mal darüber hinweg. Wobei, das hier sagt 0. Das hier sagt 0. Das heißt, egal, was ich gemacht hätte, es wäre nicht zu vermeiden gewesen, richtig? Oder? Weil sonst würde hier 1 stehen, nämlich dieser Typ. Ich habe keine Ahnung, aber Sandra Hartmann wurde befördert. Neue Stadtviertel hinzugefügt. Oh Gott, die Karte wird noch größer. All das hier oben. Tegel, Frohnau, Französisch Buchholz, Buch, Karo, Blankenburg, Heinasdorf. Okay. Okay. Ah ne, das ist das, wo ich die ganze Zeit schon war, oder? Mitte. Ja, genau. Jetzt geht es nach hier unten weiter. Berlin Mitte, Prenzlauer Berg, Weißensee, Briesfälle, Karlshorst, Plänterwald. Okay. Okay. Ab jetzt geht es erst richtig los. Ist euch klar, wie viele Sachen ich irgendwann gleichzeitig lösen muss? Es wird jetzt teilweise schon stressig, weil während Anruf noch andere Sachen reinkommen, die ich irgendwie managen muss. Das wird nur schlimmer. Das wird nicht besser. Das wird mit der Zeit nur noch schlimmer. Alles klar. Alles klar. Start. Es wurde übrigens auch gefordert, dass die Videos hiervon ein bisschen länger werden. Und da bin ich auch dabei, weil... Ich habe jetzt sogar Hubschrauber, siehst du mal. Da bin ich auch dabei, weil... Das Spielstab relativ lang. Also eine Kampagne ist wirklich relativ lang. Deswegen versuche ich jetzt irgendwie so drei Schichten pro Video zu machen. Vielleicht sogar vier, je nachdem wie kurz die dann sind. Weil nur zwei. Das ist dann relativ kurz. Was habe ich dazu bekommen? Eben den Hubschrauber, das habe ich schon gesehen. Das war es aber, ich glaube, auch größtenteils, oder? Ah ne, sowas hier? Falls jemand richtig Stress macht. Notarzt, okay. Flugambulanz, Hubschrauber. Und den Leiterwagen haben wir immer noch. 21.000. Das ist jetzt nicht so krass. Wetter. Okay, sieht gut aus. Ein bisschen Wind. Aber nichts, was irgendwie den Hubschrauber nicht fliegen lassen würde. Das wäre immer noch... Das wäre absolut kein Problem. E-Mails, neues Viertel. Ich bin zufrieden mit Ihrer Arbeit. Von heute an werden Sie mehr Viertel verwalten. Na, nächstes Jahr, die Karriere wird die Leitung der Notrufzentrale sein. Hä? Siehste mal. Ich habe noch nicht mal zehn Schichten hinter mir. Und mir wird schon Leitung der Notrufzentrale versprochen. Was ist denn hier los, Mann? We're moving up in the world. Okay, started from the bottom, now we're here. Ihr Ergebnis in der letzten Zeit waren wirklich beeindruckt. Glückwunsch an das ganze Team. Jawohl, das ganze Team besteht aus mir. Ich bin der Einzige, der hier gefühlt was macht. Ähm, okay, wir haben Sommer und das Wetter wird bald absolut unausstehlich sein. Okay, die Menschen wiederum denken nicht nass. Sie vergessen Wasser zu trinken, kümmern sich nicht darum, wo sie ihre Theoretten ausdrücken verwenden wie eine Sonnencreme. Sie müssen auf alles gefasst sein. Okay, bis hin zu gigantischen Bränden. Ja, denn jetzt wird es, glaube ich, langsam ernst. Marschall, Marschall, wir lassen uns überraschen. Direkt das Erste. Okay, Unterstützung. Weiß nicht, ob wir den vielleicht mitnehmen müssen. Ich schicke mal das Motorrad. Ich schicke das Motorrad. Kein Strom in der Gegend. Okay, Fehler muss gefunden werden. Äh, technischer Dienst. Also, das klingt sinnvoll. Und dann vielleicht irgendwie, ich meine, der Vierer hier ist gerade in der Nähe. Könnten wir machen. Alles klar. Ähm. Ich. Hm. Tendenziell brauchen wir gleich noch einen Krankenwagen. Vielleicht sogar das hier. Ich schicke mal alles dahin. Das könnte nämlich sehr schnell noch eskalieren. Okay, Feuer in den Park. Großes Feuer. Cool. Und dann das hier. Großes Feuer am Einsatzort. Ja, jetzt geht's langsam los. Jetzt brennt die Hütte. Aber wortwörtlich, du. Jetzt brennt die Hütte. Und das hier. Weiß nicht, ob wir den mitnehmen müssen. Wir schauen einfach mal. Aber hier steht immer nur Unterstützung. Normalerweise würde da dann Transport stehen. Wenn man mitnehmen muss, steht da Transport. Okay, das hier könnte die Schicht sein, wo ich potenziell verliere. Das hier könnte die Schicht sein, wo ich verliere. Ähm. Ja. Ja. Ja, ist schon unterwegs. Beamte außer Gefecht. Eieiei, ist unterwegs. Kriegen wir hin, kriegen wir hin, kriegen wir hin. Ähm, das hier, das hier, das hier. Das hier. Dann das. Und dann war hier unten noch was. Äh. Da könnten wir den da schicken. Aber der braucht jetzt halt Ewigkeiten, weil die hier unten beschäftigt sind. Wir suchen nach vermisster Person. Da könnten wir den da abziehen. Weil der wird ja nicht mehr benötigt. Ja, es ist, es kommen Leute. Keine Sorge. Es kommen Leute, die brauchen Verstärkung. Ich schicke den da. Ich schicke den da und dann, keine Ahnung, soll der hier suchen gehen. Langsam wird's schlimm. Ähm, das hier. Und dann, ich nehme ihn gleich entgegen. Das hier. Und. Den da. Was genau passiert? Was? Alles gut? Wo, 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 wo? Ich schicke so schnell wie möglich jemanden. Transport. Der hier ist auch schon besetzt. Ich hab keine freien. Ist nicht gut. Sunny benötigt. Rubschrauber. Ähm. You need to enter any building if you can't find a store. Oh, ich werd schreien sagen. Ich bin total abgelehnt. War alles gleichzeitig passiert. Sorry. Sorry. Are you safe? I, I suppose. Okay. Do you need an ambulance? Nein, ich hab aufopferen. Not really. You could send the police though. Maybe there's a chance of catching her. Okay. Okay. Of course. The officers will be on their way. Oh, okay. Thank you. I guess. Was kann das? Was kann das passieren? Ja, ma'am. Wollen Sie wissen, wir sind in. Okay. Ja, die sind schon unterwegs. So, das hier. Hier. Das hier unten. Ach, Leute. Könnt ihr das lassen? Receiving. Könnt ihr das lassen und bitte nicht machen? Dann, keine Ahnung, brauche ich auch weniger Leute. Das ist ja unglaublich. Das ist ja unglaublich. Dann, hier ist auch jemand unterwegs, der dann hilft. Ich glaube, eine Sache habe ich gerade schon vergeigt. Ich habe halt aktuell, Transport wird benötigt. Ich habe aktuell keinen freien... Ich schicke den Hubschrauber dahin. Aktuell keinen freien Krankmann. Das ist total doof. Weil gerade alles gleichzeitig passiert. Hier wird auch ein Transport benötigt. Ich habe... Achso. Ähm. Ich habe halt... Hier, hier, hier. Der ist frei. Ich schicke den mal da hoch. Hey. Jetzt wird es langsam schlimm. Jetzt wird es langsam schlimm. So, das... Dann sind halt alle anderen unterwegs. Vielleicht das Notarzt-Ding. Dann ist das... Weil der kann dann einen mitnehmen. Hey. So, was ist hier los? Rohrbruch. Wenigstens mal was Normales. Wenigstens mal was Normales. Hier fährt jetzt niemand hin. Weil man... Die muss man mitnehmen. Schick den da. Ich werde nicht alles schaffen. Es ist zu viel. Es ist zu viel. Und ich vergesse wahrscheinlich auch ab und zu mal... Irgendwie... Jemanden zu schicken. Wo ist das Motorrad? Hier. Ist gerade am Ticket schreiben. Transport ist unterwegs. Ich habe hier noch ein Motorrad. Hey. Jetzt ist es langsam wie ein... Gefühlt... Ich kann da noch nicht mehr reden. Ein Globalstrategien-Spiel. Okay. Haben wir frei... Ja, hier. Okay. Brennendes Gebäude. Das müsste passen. Und dann schicken wir gleich noch... Ich würde dir einen Krankenwagen schicken, wenn wir... Haben. Aber haben wir nicht. Hier ist ein Sanitäter benötigt. Operator? Operator? On my way. Oh mein Gott, ey. Ready for the next case. Der pure Stress, though. Der pure Stress. Das hier. Da müssen wir schnell handeln. Wo ist mein Hubschrauber? Hier. Hier versteckt er sich. On my way. Hier versteckt er sich. Der ist nämlich super, weil der ist einfach so schnell. Das ist schon cool. Ähm, das. Okay, das ist uncool. Da müssen wir auch sehr schnell reagieren. Sonst kriegen wir nämlich ein Problemchen. Und den müssen wir dann vielleicht auch mitnehmen. Äh, suchen nach Quelle des Rauchs. Schick mal die beiden dahin. Wenn da was sein sollte, kann ich immer noch einen abziehen. Okay, 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 okay. Was? Hey. 180. Stress 180. Das ist Sommer, ne? Das ist halt doof. Okay. Milanstraße 144. Was ist going on with the baby? My car was parked next to it and I was about to drive away, but I saw the baby. It's left in the car with closed windows. And you know, it's really hot outside. Ei, 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 ei. Ich weiß nicht, was ist going on inside the car. I'd never leave my baby like that. Ja. Ja, 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 da hast du auch recht. So, there aren't any people around that could possibly be the parents? No, when I came here, there weren't any adults around the car. What should I do? Scheibe kaputt machen. Do you think you could try to break one of the windows? Ja. Das darf man übrigens. Ist erlaubt, ne? Im Rahmen des Gesetzes. Das ist egal. Das ist, ähm... Ja, das ist vollständig legal. Das darf man. Goodbye. Das ist vollkommen erlaubt. So. Sani benötigt. Ja, ist doch hier. Medizinischer Transport steht direkt hier. Hey. Wieder so einer. Okay, 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 okay. Das... Das hier... Operator? Roger. Ich... Irgendwie kriege ich das hin. Ich habe einen Ruf von knappen 80. Irgendwie kriege ich das hin. Unglaublich. Also ist das hier auch endlich mal... Ehrlich. Zurückgelassenes Paket. Da schicken wir den Großen. Da schicken wir den Großen. Na, nur für den Fall, dass was ist. Dann sind die vielleicht auch effizienter. Ähm... Wie ist das so einer? Ja, es verschwinden einfach Autos. Die Leute spielen hier GTA in real life. Ruf von 85. Brennt wieder irgendwas. Transport benötigt. Polizeitransport. Okay, haben wir noch... Die hier könnten helfen. Ja, ist unterwegs, ist unterwegs, ist unterwegs. Alles gut. Ist unterwegs. Sani, 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 Sani. Ist unterwegs. Ist nur einer. Okay, da schicken wir mal den Hubschrauber. Können wir machen, können wir uns erlauben. Dann wieder irgendwas kaputt gemacht. Öffentliches Eigentum. Sehr uncool, sehr uncool, sehr uncool. Ihr seid doch gerade... Ihr seid doch gerade... Ja, ne, macht das mal. Macht das mal. Dann fallen die da rüber. Hier wird Polizei benötigt. Hier muss jemand mitgenommen werden. Die sind aber schon unterwegs, ne? Ja, genau. Das ist der, der da runterfährt. Passt das auch? Werden angegriffen. Ja, ja. Deswegen seid ihr ja auch die Polizei. Äh, Sani. Hier. Kann helfen. Hier ist wieder ein dreifacher Ereignis. Ernsthaft. Okay, große technische Störung. Könnte der helfen? Ähm. Dann der. Dann haben wir noch... Der ist gerade beschäftigt. Die da. Okay, okay. Dann könnte der hier erstmal helfen, weil man muss doch nur ein Ticket schreiben. Und dann, wo ist mein... Wo ist mein... Der hier hat noch... Der hier hat noch Platz. Okay. 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 Wo ist mein Helikopter eigentlich? Ich habe Helikopter 117 verloren. Ich habe keine Ahnung. Äh, wieder ein Feueralarm. Das hier. Und hier ist wieder eine... Alter Schwede, Mann. Hey. Ist das korrekt? Kriegt jeder Versorgung? Ich glaube schon. Was ist hier los? Da ist irgendwie mal einer eingestiegen. Schicken wir die her. So, hallo. Wo? Wo? Okay. Okay. Ähm. Ja, ja. Muss ich. Muss ich. Ähm. Dann bringen... Halt ihn einfach... Nee, auf den Boden bringen. Das darf ich glaube ich gar nicht, oder? Ah, nee. Suche nach dem. Okay. Auf dem Boden bringen. Ich glaube... Ich weiß gar nicht, ob er das dürfte. Ich habe keine Ahnung. Wir suchen ihn. Die Polizei will ihn suchen. Natürlich. Ich werde ihnen alles sagen. Danke. Also einer zu ihm Aussage aufnehmen, die anderen nach ihm suchen. Das ist die Idee. Äh, wieder mit... Es ist doch immer dasselbe, Leute. Es ist doch immer dasselbe. Hier hat wieder einer... sich eines Fahrrads bedient. Was er eigentlich nicht, äh... Nicht darf. Was nicht ihm gehört. Haben wir... Ja, der ist halt unglaublich weit weg. Aber die anderen sind gerade so halber ausgelastet. Deswegen... Lass ich den jetzt mal da hinfahren. Ah, nee. Alles gut. Alles gut, alles gut. Die sind gerade zum Hauptquartier gefahren. Dann soll der irgendwie hier hin. Dann wird da auch alles gut. Gut, dann machen wir irgendwie... Der hat gerade nichts zu tun. Der soll suchen helfen. Und wenn das dann erledigt ist, sollte diese Schicht auch bald vorbei sein. Das ist so stressig. Feuer in den Park. Uh, wir müssen schnell sein. Wir müssen sehr schnell sein. Ähm... Den schicken wir da hin. Der große nach hier oben. Dann brauchen wir vielleicht auch noch Unterstützung. Und wir haben noch eine zweite Löscheinheit hier. Ich will nicht, dass das ein Großfeuer gibt. Na, das wäre jetzt extrem uncool. Extrem uncool. Äh, das. Komm, der Hubschrauber ist quasi nebenan. Dann ist das auch bald erledigt. Werden Eingriffen. Ihr kriegt das schon hin. Ihr kriegt das schon hin. So, was ist hier wieder Müll? Hey, die Leute mit ihr Müll. Das ist ja unglaublich. Ich hab... Soll ich einen Leiterwagen schicken? Ich mein, die können auch löschen, richtig? Ist halt blöd, weil der Tank ist winzig, aber das passt schon. Ähm, dann das. Okay, okay, okay. Ich krieg das in 123 Ruf, liebe Leute, ja? Ich will nicht hören, dass ich das schlecht manage. Ein kaputter Hydrant. Haben wir noch eine freie Technikeinheit? Ja, hier. Ist halt ein Stück. Ist halt ein Stück. Ah, okay. Okay, falsch parken. Da reicht ein Motorrad. Wenn ich es finde, können wir einfach kurz ein Ticket schreiben und sagen, ja. Mach das nicht wieder. Dann ist das auch erledigt. Aber eigentlich wäre es effizienter, den dazu schicken. Dann schickt das Motorrad irgendwie hier hin, dass wir jemanden in der Nähe haben. Okay, 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 auf jeden Fall. Brauchen wir nur ein Ticket. Alles gut. Das ist das Eigentum. Suche nach dem Kollegen. Schicken wir mal zwei. Schicken wir mal zwei, wir werden angegriffen. Ihr kriegt das hin. Komm schon, ich vertraue auf euch. Ich vertraue auf euch. Wie funktioniert es hier? Die kommen auch irgendwie klar? Transport benötigt. Ja, da kann der, da kann der, ne, kann der nicht, wir brauchen mehr. Da kann der Notarzt helfen, ne, wir brauchen mehrere. 130 Ruf. Alles klar, alles klar, alles klar. Transport benötigt, wir arbeiten dran. Kannst du fächeln, das ist ja. So, habe ich an alles gedacht? Ich glaube, ich habe an alles gedacht. Das müsste jetzt... Polizeitransport benötigt. Die hier. Die hier. Okay, okay, okay. Okay, sobald das hier oben erledigt ist, sind wir fertig. Richtig? Ja, ich schicke noch den hier. Ich gehe zum Hauptquartier. Okay, das war's. Merz, das wird nicht aufploppen. 155 Ruf. Ich will wissen, wie viel Effizienz das ist. Ich behaupte mal, das war gar nicht mal schlecht. Okay, ich nehme es mir einfach mal raus und sage, das war, glaube ich, gar nicht mal so schlecht. 163. Das war's. Oh, vorbildliche medizinische Betreuung und das Purple Heart. Warum Purple? Deshalb. Okay, deshalb. 98 in so einer Schicht. Alles klar, alles klar. Ich bin fix und alle. Aber hey, 0. Wie immer 0, 53K. Wo genau habe ich ein bisschen versagt? Das sieht aber alles sehr gut aus, muss ich sagen. Das sieht alles quasi perfekt aus. Aber irgendwo ist mir auf dem Punkt entgangen. Oder ich war einfach nicht schnell genug. Ich scrolle durch und sehe nichts. Hier, das mit dem Handy. Okay, ja. Okay, da hätte ich vielleicht irgendwie dann besser ihm sagen können. Ich hätte ihm sagen können, dass er ihn auf den Boden bringen soll. Aber ich wollte, dass er ihn verletzt. Weißt du, was ich meine? Da habe ich ein bisschen gezögert. Ich hätte es einfach anklicken sollen. Okay, alles klar. Alles klar. Stelle bis zu 5 Wasserfragen für die Menschen in der Stadt auf. Mit der Hitzewelle zurechtkommt. Okay, neue Fahrzeuge verfügbar. Tanklöscher. Okay, und Notarzt. Einsatzfahrzeug. Sehr praktisch. Und Hilfe während der Hitzewelle. Okay, Feuerwehreinheiten, um Wasserfragen in der Stadt aufzubauen. Das wird die Lebensbildung der Menschen weitaus verbessern. Als Dankeschön werden wir eine kleine Spende, die wir in der Notfahrzeuge geben wollen, nicht vergessen. Uh, wir kriegen Geld. Seien wir mal ehrlich. Wenn sie uns ständig zu solchen Meldungen schicken, haben wir keine Zeit für ernsthafte Fälle. Wir sind für nichts durch die Stadt geraten. Machen Sie sich mal bitte darüber Gedanken. Hey, wenn einer sagt Katze im Baum, dann kommt die Feuerwehr. Okay, Alex, komm mal ein bisschen runter. Das ist dein Job. Du lösst, nicht nur lösst du brennende Autos und brennende Häuser, du holst auch Katzen, süße kleine Babykatzen aus Bäumen raus. Chill. Okay, Wetter, Hitzewarnung. Okay, Schwerwesten, Nordwesten, Wind. Zehn, zehn Meter die Sekunde. Das sind 36 kmh. Na? Das ist aber nicht so krass. Zehn Meter die Sekunde, mal 3,36, das geht. Aber es wird schon, man merkt es, man merkt es auf jeden Fall. Ich würde einfach mal sagen, das war es an dieser Stelle hier bei 112 Operator. Langsam wird es kritisch. Ich kriege das trotzdem ganz gut hin, besonders weil man sehr, sehr viel Zeit hat, um die Einheiten rumzuschicken. Das ist sehr gut gelöst. Ich weiß nicht, wie schlimm es noch wird. Vermutlich wird irgendwann so ein Großband ausbrechen, wo ich wirklich alles hinschicken muss, was ich habe. Ähm, ich weiß nicht, ob das schon hätte passieren können, wäre ich nicht schnell genug gewesen. Vermutlich schon. Ich glaube einfach, ich habe das früh genug eingedämmt. Aber hey, 98% Effizienz in so einer Schicht. Also lassen wir uns nicht lumpen, das war, das war gute Arbeit. Dann kann ich mir selber auf die Schulter klopfen, habe viele Medaillen bekommen. Ich bin ganz eindeutig der Beste in dieser Notrufzentrale. Und irgendwann bin ich auch der Boss und dann kann ich andere Leute rumkommandieren. Das wird gut. Wie immer, vielen Dank fürs Zusehen, wenn es euch gefallen hat. Habt ihr Erlaubnis im Like-Button aufs Maul zuhören. Lasst mir gerne ein Abo da für mehr Videos wie dieses hier. Und wir sehen uns im nächsten Video von mir. Bis dahin, macht's gut. Und ciao. Ich weiß gar nicht, wie viele sinnvolle Sätze ich gesagt habe, als ich gerade so konzentriert war. Aber ich habe mein ganzes Gehirn gebraucht. Sorry.